Komm, wir gehen heut wandern, von einem Tal zum Anden. Die Sonne scheint so schön. Bei so tollem Wetter wollen wir ganz hoch klettern. Könnt ihr die Bergspitze sehen? Komm, wir gehen heut wandern, von einem Tal zum Anden. Können am Gipfelkreuz stehen, daneben in dem Häuschen. Machen wir ein Päuschen, bis wir nach unten dann gehen. Komm, wir gehen heut wandern, von einem Tal zum Anden. Die Sonne scheint so schön. Bei so tollem Wetter wollen wir ganz hoch klettern. Könnt ihr die Bergspitze sehen? Komm, wir gehen heut wandern, von einem Tal zum Anden. Und dann können am Gipfelkreuz stehen. Daneben in dem Häuschen. Machen wir ein Päuschen, bis wir nach unten dann gehen. Daneben in der 74. Daneben in der 75. Daneben in dem Häuschen, bis wir nach unten passen. Daneben in der 70. Daneben in der 78. Sorry nicht. Die colors sind die, parents zu innen. Ich Alicia Alt critikagen. Geheimen in dem H 기자. Vielen Dank.